Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Indie-Zeit, äh Zeit für Indie, so rum, genau, ähm, wir spielen Caster, keine Ahnung was von Spiel aus ist, ich hab's einfach mal gestartet und, äh, jetzt, äh, macht man ein neues, äh, neues Game und Link irgendwie, kann man, einfach mal, New Game, so, oh, schön, oh, oh, gut, ui, oh, Frau oder, naja, Gerechtigkeit, wir sind Frau, und sie nennt sich Jennifer, Jennifer, Pups, mh, Casual, normal, extrem, ah, wir sind keine Lust, ne, extrem, ne, normal, ii, eigentlich spielt Leute, ii, so, hier, MT, äh, Mittenregion, ich hab keine Ahnung was von Spiel aus ist, äh, da drauf, boah, Ladebildschirm, oh, first one, oh, lade, Commander-Doc, the Mittenregion has become completely overwhelmed by the Flanks, klick, the Caster-Clan has finally responded to my requests for help, you're sending over a new Wookie-Caster named Jennifer, Pups, und Jennifer, Pups, oh, kann man auch mal zunächst mal, ah, Gott, Eve appointed Anna to, Anna, ah, Anna, ja, to be Jennifer, Pups, Mission Director, ich nimm mal diesen Namen, Pups, äh, immer flüssig, she knows, the area, where she'll be able to find the best mission in deployment locations, I, I imagine, äh, the experienced Caster are hard to calm my, no, ah, da, however, dieser schwarze Bildschirm, I feel a situation is far more than this young Caster will be able to handle, boah, diese Mucke, boah, cool, hello Jennifer, Pups, my name is Anna, and I'm your Mission Director, this first mission is just our routine training exercise, use a ASVD or the arrow keys to move around if using a game controller, use the left analog stick, touch the red marker to learn more about the controls, ich hoffe es ist nicht so laut, boah... boah... oh, cool, oh, uai... ua, wir können schießen, ua, oi, ah, uh, uh, we have a place we are Whew! boa, wir können so gewinnen, sogar springen können wir auch was ist das kann man abschießen boah double sprung und hoch yeah 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 ja das krisseh leute oder wasser ok ok das ist schon mal richtig krieg gut wo auch jene verpöse hier wo ich für die erste freundliche mission ja da mit börner 2000 ok ok ich mach einfach mal superchump upgrade Okay, dann machen wir nochmal, äh, 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 SHIELD! Okay. So, Landebildschirm. Äh, hier unten auch dieser... Oh, das sieht eigentlich schon cool aus, ne? Also, ja, also überall grün und schwarz. Oh, schon zurück, das ist mit dem grün und schwarz. Oh, das ist ein Fisch. Müssen wir die einsammeln? Ich weiß es nicht. Guckt mir auf jeden Fall... Jennifer Poops! Unsere Station-Defense are running low on Power Surveillance. We need to collect all the NERBY-Energy-Deposits. Be careful, you are da, so, äh... So, wer... Few Flags in this area. Und ich hab hier zwei Vers. Yeah! Dieser Kackring. Yeah! Abfucker. Yeah! Ich dich bewegen kann. Yeah! Yeah! Yeah, Leute! Oh, cool. Enchanges beruhigt. Das Spiel ist auf jeden Fall nicht so wirklich jetzt... Nicht ausgereift, glaube ich. Naja, aber es hat... Es war ja so... Für Steam... War es runtergesetzt für 19 Cent. Naja, aber was willst du mehr? Wow! Oh! Oh! Oh, boof, boof! Böse Himmel, oh, oh, oh! Wo ist eigentlich der Fisch? Tut der Fisch mir eigentlich weh? Wo ist denn der eigentlich? Eau! Bam! 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 Hier, sterb, Kartoffel! Ja, Renno! Oh! Oh! Hoi! Leck! Sorry, Leute! Alter! Ah, guck mal, wie süß! Guck mal! Bam! 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 Ey, wo willst du hin? Ey, guck mal her! Alter! Guck mal her! Jui! Bam! In your ass, bitch! Oh, jetzt verliert ihr so Kugelchen. Die sammeln wir jetzt mal ein. Ich glaub, irgendwas bringt das, ich weiß nicht so genau. Das sind alles so kleine Indie-Spiele, ne? Das sind so richtig so... Die so ungeausgereiften, deswegen haben sie zu wenig APS. Das sind diese Spiele, die... Die... Oh, das ist nicht irgendwo bekannt, oder was? Oh, auf jeden Fall ist die Welt sehr kreativ, nicht? Oh, dein Geschenk! Ich geh mal ins Wasser planchen! Yay! Nein, wenigstens sieht das Wasser ein bisschen schön aus. Guck mal, guck mal, wie ich schwemmein! Ui! Ja, auf jeden Fall sehr nice! Naja... Aber mit 15 APS zu spielen ist, glaub ich, nicht so cool. Aber wo geht's eigentlich lang? Ich bin es ehrlich nicht. Huch! Wir haben keinen Leck! Hier, Leute! Wo muss ich eigentlich lang? Okay, hier sind wir wieder mit Ende. Hä? Leute, ich versteh grad gar nix. Wo müssen wir hin? Ich will nicht so früh abbrechen, die Aufnahme. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Kann ich hier rausspringen? Ach, schau doch, ne. Ok! Dann nicht. Hä? Aber wo muss ich hin? Warte mal. Okay, da ist's gerade n roter Punkt. Muss ich hier vielleicht was machen? Warte mal... Da ist'n roter Punkt. Ah, hi! Zack Pam, 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 pam Boah, der Arme tut mir leid, ey Ach, es sind immer noch Viecher LOL Huch, Alter, hör auf Das ist mir gerade aufgefallen Oh, ich kann dich wieder rumsammeln Ja, genau Nein Hui So Ja, sag mir doch noch auf Okay Alter Kann ich den so hitten Hö, ne, wie mich Nee, 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 du, ne Das geht schon mal gar nicht, was du hier machst Du kleiner Fischi, du Boah, Alter, das schießt ja auch Komm, jetzt noch um es Das tun wir jetzt Hö, weg, 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 weg Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ein Schleim Das ist irgendwie so ein Schleim oder sowas Oder was ist das? Oder was ist das? Hä, was ist das, Alter? Keine Ahnung Oh, ist weg Naja Das ist noch ein kleiner Gegner Dann machen wir auch easy weg So, das ist auch weg So, wir haben alles eigentlich gerade eingesammelt Oh, da ist noch etwas Okay, machen wir auch mal weg Das war dich Was auch immer das ist, ey, ne Das ist voll ekelhaft Okay, da oben ist irgendwie Auf jeden Fall ist, okay, es ist so eine Art Pixel-Spiel Und da ist es eigentlich auch recht Ja Gewöhnungsbedürftig Und es ist eigentlich nur zum Töten und Einsammeln von komischen Sachen Da Ich habe das Spiel vorher selbst mal ausprobiert Gar nichts Es ist auch jetzt, ja Ne, einfach so ein kleines Indie Sind wir auch unter Wasser oder so, ne? Boah Mittelfinger hier Mittelfinger, ich schüttel Den hat ja gar keiner gestiegen im Finger Das sind das Verzauberer hier Na gut, Leute, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen Ich würde davon kein Let's Play machen, sage ich jetzt schon mal Aber wenn ihr das wollt, mache ich eins Aber ich glaube, das wird nicht so wirklich geil Ich glaube, das Vorgang wäre, glaube ich, viel besser, weil hier Äh, ja Also ich Es Es muss Es kann ruhig ein Let's Play geben Aber Also wenn ihr das wollt Aber es muss nicht unbedingt Ich weiß Ich weiß nicht, ob, äh Es kann euch gefallen wird oder so, aber Naja, ihr entscheidet auf jeden Fall Und Also ob das Let's Play Also ob hier so eine Zitat von Let's Play geben wird oder nicht Ich hätte, ich hätte allein Ihr Dann habe ich immer das wenigstens was zum Aufnehmen für euch Naja Ähm Gut, ne? Danke fürs Zusehen Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch da Und Ähm Jennifer Poop sagt auch mal Tschüss, ne? Mit voll geschminktem Gesicht und Pixelbrüsten Oh, cool, diese Oh, alter, dieser Anzug, ne? Boah, der ist sich wieder Ah, ich Ah, ich Ah, ich Ah Super Sprung Hui Wee Wee